Ob Reifenpanne oder Winter- bzw. Sommerreifenwechsel, jeder sollte wissen, wie man ein Autorad wechseln kann. Und das ist auch gar nicht so schwer. Das entsprechende Werkzeug und der passende Wagenheber gehören zur Standardausstattung in jedem Auto. Für den Wechsel von Sommer auf Winterreifen und umgekehrt können Sie sich die einfache Regel von O bis O merken. Das heißt von Oktober bis Ostern fahren Sie mit Winterreifen und von Ostern bis Oktober mit Sommerbereifung. Wie ein Radwechsel funktioniert und was Sie dabei beachten müssen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sichern Sie zuerst Ihr Auto ab, indem Sie den ersten Gang einlegen. Fahren Sie mit einer Automatik, dann stellen Sie den Wählhebel auf P. Ziehen Sie dann die Handbremse an. Die Radkappen können Sie in der Regel einfach mit einem Schraubenzieher entfernen. Lösen Sie die Radbolzen zunächst nur etwa eine halbe Umdrehung. Schauen Sie kurz nach, an welchen Aufnahmepunkten unterm Auto Sie den Wagenheber anbringen müssen. Achten Sie beim Ansetzen des Wagenhebers auf entsprechende Sicherheitshinweise. Das Gerät muss auf einer ebenen und festen Fläche stehen. Vermeiden Sie Kies oder sandige Böden. Sie können Sie auch mit einem flachen Brett behelfen. Heben Sie den Wagen so weit an, dass das Rad ein paar Zentimeter in der Luft schwebt. Schrauben Sie die Bolzen ab und entfernen Sie das Rad. Um das Abschrauben zu erleichtern, finden Sie im Bordwerkzeug Ihres Autos in der Regel einen kleinen Steckschlüssel aus Plastik, mit dem Sie die bereits gelockerten Bolzen schnell und leicht herausdrehen können. Ansonsten geht das aber auch mit dem normalen Radschlüssel oder mit der Hand. Die Räder sollten immer an der gleichen Stelle befestigt werden. Beschriften Sie deshalb die Räder vor dem Einlagern mit Kreide auf dem Gummi oder besser mit einem weißen Markierstift auf der Felge. Wenn Sie von Stahl auf Alufelgen wechseln oder umgekehrt, müssen Sie eventuell andere Radbolzen benutzen. Achten Sie also unbedingt darauf, dass Sie das richtige Material verwenden. In unserem Fall passen die Bolzen der Original-Alu-Felgen auch auf die Stahlfelgen der Winterräder. Befestigen Sie das neue Rad und ziehen Sie die Bolzen zunächst nur leicht an, da sich das Rad noch mitdreht. Es muss dabei absolut gerade aufliegen, damit es sich nicht verkeilt. Befestigen Sie die Bolzen daher über Kreuz. Lassen Sie das Auto herab und ziehen Sie die Bolzen jetzt fest an. Übertreiben Sie es aber nicht, denn auch Gewinde und Felge können beschädigt werden. Am besten eignet sich daher ein Drehmomentschlüssel. Kontrollieren Sie die Radbolzen nach etwa 50 Kilometern und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie zum Prüfen der Radbolzen eine Werkstatt aufsuchen. Wechseln Sie immer alle vier Räder und kombinieren Sie auf keinen Fall Winter- und Sommerreifen miteinander. Und vergessen Sie nicht, an der nächsten Tankstelle den Luftdruck zu prüfen. Winterreifen erfordern manchmal einen anderen Luftdruck als Sommerreifen. Schauen Sie im Handbuch, in der Fahrertür oder im Tankdeckel Ihres Autos nach. Dort finden Sie eine entsprechende Tabelle. Die Experten des ADAC empfehlen, die Reifen zu erneuern, wenn die Profiltiefe der Sommerreifen je nach Breite 2 bis 2,5 mm und bei Winterreifen 4 mm beträgt. Bei reifendirekt.de finden Sie eine riesige Reifenauswahl für Ihr Auto. Wir liefern Qualität zu günstigen Preisen direkt zu Ihnen nach Hause oder zu einer Werkstatt in Ihrer Nähe. Außerdem finden Sie auf reifendirekt.de weitere nützliche Infos zum Thema Reifen. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.